Jo Leute, was geht's? SkyF! Darum schaut Leute heute wieder mit FIFA Mobile Leute, heute auf jeden Fall wieder FIFA Mobile Korea! BOOM! Das Premier League TOTS ist ja auf jeden Fall schon seit einer Weile draußen. Ich glaub seit paar Tagen irgendwie, seit 4-5 Tagen ist es auf jeden Fall schon draußen. Auf jeden Fall werden wir heute die Packs dazu ziehen. Und mal gucken ob wir morgen vielleicht schon die dazugehörigen Packs ziehen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch entscheiden, ob ich nochmal morgen FIFA Mobile Korea bringen soll oder nicht Leute. Gut, ich würde sagen wir fangen an mit den Grüßlingen. Heute ja wieder 4, ich hab ja gestern gesagt, dass ich heute 4 grüßen werde. Ich hab ja gestern 3 gegrüßt und deswegen heute 4. Gut, auf jeden Fall ist der erste heute der kein Hacker. Ich versuche es 2-3 Monate gegrüßt zu werden. Ich versuche es nochmal, sei gegrüßt kein Hacker. BOOM! Ha! Der nächste ist hier der... He he boy! Kannst du mich grüßen? Feier dich und nochmal Like aufs Video. Vor allem auch gestern bei Pepe Reiner. Der hieß, ich glaub Giovanni Reiner hieß der glaube ich. Ja, ich sag mal dazu nix. He he he. He he. Gut, dann ist es hier der Alando Barca 97. He he. Skyshop auch wie immer bei Korea. Und kannst du mich bitte grüßen. Seid gegrüßt. Und der letzte für heute ist der... He he he. He he. He he. Der Football Bros. Rosen, Rot, Feißen und Blau. Skypes abonnieren. Das wäre schlau. Kannst du mich bitte grüßen. Seid gegrüßt. Cooler Kommentar jedenfalls. He he. Von dem ähm. Ja. Namen vergessen. He he. Gut. Ich würde sagen wir fang an mit ähm. Im Video. Also mit. FIFA Mobile Korea. So. Wie gesagt das TOTS ist auf jeden Fall draußen. Nein. Das will ich nicht machen. Hallo. Das will ich nicht machen. Ich will hier ins TOTS gehen. Vor allem was das soll ne. Das ist immer wieder. Keine Ahnung wie ich das irgendwie wegbekommen kann. Kein Plan. So. Gut. Wir gehen auf jeden Fall ins TOTS. Ins Premier League TOTS. Da werden wir auf jeden Fall jetzt gleich die Packs öffnen. Auf jeden Fall nochmal. Schön hier Skillspiele machen. Und da habe ich auf jeden Fall noch mehr Punkte. Um noch mehr Packs zu öffnen. Mein Lieben Freunde. Vielleicht haben wir hier absolut zu Luck ne. Und Glück. Und wir ziehen hier Kevin De Bruyne 96. Leute das ist mir absolut unnormal krank ne. Ha. Gut. So. Als erstes Skillspiel für heute. Am Start ganz locker easy. Locker flockig. Am Start hier. Ein Spiel würde ich jetzt nicht spielen als wir ein Skillspiel hatten. Boah. Weil das dauert halt einfach zu lange. Ich hasse solche solche unnötigen ähm. Spiele. Einfach unnötig. So. Gut. Das müsste auf jeden Fall einfach sein. Ganz easy. Locker flockig runterfallen. Ha. So. Aber wie gesagt solche lang Skillspiele. Oh. Wie ich das hasse. Wie es das immer so in die Länge zieht dann. Boah. So. So. Ja. Also ich habe wirklich Bock morgen auch nochmal hier Packs zu öffnen. Ähm. Ja. Gut. So. Und am Dienstag dann wie gesagt nochmal dann nochmal schön jetzt Atlantis Event. Und Mittwoch geht es ja wieder. Ähm. Ähm. Challenge. Und Donnerstag wieder. Ich werde auch Teams. Also ist die ganze Woche eigentlich schon fast ausgesorgt. Boom. So. Gut. Und Frage nach dann vielleicht wieder FM Korea. Also. Das mit dem Korea ist schon wirklich gut. Um das bisschen mit auszugleichen. Wenn man nicht doll ist im normalen Team. Wobei. Weißt du was ich meine. So. Gut. Auf jeden Fall ziehen wir hier nochmal 5. Ah. Hat uns leider nicht so viel weitergebracht. Aber wir ziehen jetzt heute in diesem Video 15 Packs. Wir ziehen 15 Packs heute. Und morgen auf jeden Fall nochmal die restlichen 15. Deshalb. Weil es halt eine bessere Zahl als 16. Weißt du was ich meine. Ähm. Ja. 15 ist halt besser. So. Gut. Wir öffnen die Packs. Genau. Wir öffnen die Packs. Ich bin gespannt Leute. Ich bin absolut gehalten und gespannt. Hier gibt es ja wirklich eine schöne Pack Animation. Nicht so wie bei den Polis gestern. Ha. So. Der erste Spieler von heute. Der erste Pack für heute. Leider kein Spieler drin. Ähm. Ja. 14 Packs sind noch in Folge. Am Start. Und vielleicht haben wir ja wirklich Glück. Und wir ziehen hier einen. Ähm. Alisson in Van Dijk in De Bruyne. Oder. Oder hier Alexander Arnold. Boah. Das wäre so absolut. Oder hier Vardy. Jamie Vardy. Würde ich mich auch mal zufrieden mit geben. Boah. Gut. Wir ziehen das nächste. Wir ziehen das nächste Pack. Diesmal hier mit den Premier League Punkten. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Das zweite von 15 Packs hier am Start. Und wir ziehen. Wir ziehen. Und. Kein Spieler. Na. Tja. Also. Beim letzten Mal hatten wir echt Glück gehabt. Das war bei den. Ähm. Bundesliga Tots. Da hatten wir. Wer war das? Ähm. Havertz gezogen Leute. Da hatten wir Havertz gezogen. Und über Meccano. Von RB Leipzig. So. Das nächste Pack. Ist hier am Start. Und wir ziehen. Kein Spieler. Mal kurz gucken. Mit den Tots Punkten hier. Kann man auf jeden Fall auch coole Sachen mitmachen. Zum Beispiel. Coins abrufen. Oder. Und so weiter. Und so fort. So. Wir gehen mal jetzt stellen ins Tots. Ins Totsli. Totsli. Tots. Und da können wir. Also ich habe hier 89 am Start. Okay. 89. Und dann können wir auf jeden Fall auch hier schon mal irgendwas abrufen. Können wir vielleicht morgen machen Leute. Können wir auf jeden Fall morgen machen. Und dann. Gut. Wir ziehen das nächste Pack. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch. Ähm. 11. 12. 13 Packs haben wir noch am Start. Ne 12 Packs. Weil. Ihr wisst schon. Wir öffnen heute 15. Ha. So. Gut. Das nächste Pack ist ja am Start. Und wir ziehen. Ich bin gespannt Leute. Hoffentlich ziehen wir heute wirklich noch irgendeinen Spieler. Ne. Also das wäre absolut los wenn wir keinen Spieler ziehen würden. Weil. Bisher war eigentlich immer ein Spieler drin. Von daher. Hoffe ich dass auf jeden Fall auch ein Spieler drin sein wird heute. Wenn nicht. Das wäre absolut los. Ha. So. Gut. Das nächste Pack für heute. Und wir ziehen. Ha. Kein Spieler. Ähm. Wir haben auf jeden Fall nicht. Wie viele Punkte jetzt hier. 91. Okay. Also haben wir auf jeden Fall morgen dann die 100 Punkte geknackt. Die 100 Tots Punkte. Ist auch nice. Ist auch nice. So. Komm. Bitte. Spieler. 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 Kommt K-League. Und jetzt auf jeden Fall. Premier League. Es fehlt auf jeden Fall noch die La Liga. Na. Schöne La Liga Packs ziehen. Und dann fehlt auf jeden Fall noch die Serie A. Und Liga. Also 3 La Ligen fehlen noch. Gut. Wir sind jetzt nächste Pack. Und. Kein Spieler. Da. Es sieht ja gar nicht gut aus für heute. Bis jetzt. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt noch 8 Packs. 8 Packs meine Freunde von heute. Ich würde sagen. Wir tun auf jeden Fall alle Punkte verballern. Also nicht die Premier League Punkte. Sondern die. Tots Punkte. Die Flammtots Punkte. Wisst ihr was ich meine. Ha. Die hier. Die hier. Hier unten also ohne den Premier League Punkten Pack. Genau. Ich meine damit nämlich. Die hier. Die unten links. Die werden wir alle verballern heute. 7 Stücke noch am Start. 7 noch. Und wir ziehen das nächste Pack. Und bitte ein Spieler. Bitte. Oh Mann. Ha. Mann. Uiuiui. Als ob wir hier keinen Spieler heute ziehen. Ne. Das wäre absolut Lust. Da haben wir vielleicht morgen mehr Glück. Kann ja sein. Deswegen mache ich ja morgen noch ein Video dazu. Und wir ziehen. Na. Kein Spieler. Was sagt denn die Zeit? Zeit sagt bestimmt. Ja. 7 Minuten. Ha. Ja. 5 Packs noch. Bitte. 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 Ein Spieler. Mindestens ein. In den ganzen Packs. Oh. Alter. Als ob man. Ey. Komm jetzt hier. Mach keinen Scheißdreck. Mach keinen Mist. Mach kein Auge. Gönnt doch mal. Gönnt doch mal dem Skywalker hier Glück. Ich kann diese Null dann nicht mehr sehen. Ich kann diese Null dann nicht mehr sehen. Ich kann diese Null dann nicht mehr sehen. Ha. Mann. Und bitte. Jetzt hier. Komm. Mach kein Auge EA. Mach kein Auge. Junge. Bitte. Bitte. Ich ziehe das nächste Pack. Wir haben noch zwei Packs übrig. noch zwei unglaubliche Packs. Bitte. Mach doch mal jetzt. Bitte. Mann. Wer ist das? Ein Spieler. hier. Als ob mir jetzt im letzten Pack hier kein Spieler ziehen will. Als ob man. Könnte ich ausrasten. Bitte. Im letzten Pack heute. Mach doch mal. Bitte. Bitte EA. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Mal gucken ob wir morgen mehr Glück haben. Leute. Wir ziehen auf jeden Fall morgen auch noch mal die ganzen Packs. Wir haben einfach in den ganzen 15 Packs keinen Spieler gezogen. Irgendwann. Ohne Witz ne. Da könnte ich. Das ist ärgerlich. Das ist absolut ärgerlich. Mann. Ha. Habt mich nochmal morgen mehr Glück Leute. Ich bin raus sage. Bis morgen. Skywalker. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.